Heute ist Party des Jahres. Man sieht schon an den neusen Autos, die hier parken. Bentley, rotes Cabrio, Mercedes Glitter-Benz, Fisch. Wir wollen jetzt schauen, wen diese neusen Cars gehören, weil hier sind wieder mal nur die reichen und vormals schönen Leute zu Gast. Oder wieder schön seit dem Wurzeg. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. 92? Ich finde, ist ja das wie 75 maximal, so fresh und young. Oder hast du das Geburtstagsgeschenk mitgenommen? Nein, du brauchst kein Geburtstagsgeschenk, du bist ein Reporter. Bist du irgendwie? Die lädt mich extra ein, damit ich Dave the Man herkomme und mit ihr ein Interview mache, weil sie so fucking feiert, was der Dave macht. Und darum bringe ich ihr ein Geschenk mit und du Trottel, lass das liegen. Unglaublich. Komm, ich muss jetzt jetzt ein neues Geschenk organisieren. Was machst du? Das Geburtstagsgeschenk. Schön. Glaubst du das ein gutes Geschenk? Das ist ein Birthday-Present nach meinem Geschmack. Party Rave! Das ist eine Party. Sein Heurigenfest. Das ist halt eine Erwachsenen-Party. Pensionisten, meinst du? Muss man hier zahlen oder ist das free? Ja. Free? Nein, muss man zahlen. Jeden Saft? Jede Saft. Wo schicken mich die hin? Schisch, hier fährt das Schiff ein und die Königin kommt heraus. Die ignoriert mich. Der Toni Vegas ist hier. Der war im Hafen. Toni Vegas, bist du so wie dein Shirt heute? Wie mein Shirt? Ja. Heie. Ich war früher einmal hei, aber schon lange nicht mehr. Du könntest eigentlich, hast du ihm mal überlegt Gangster-Rap zu machen, du hättest die besten Voraussetzungen. Wieso? Weil du ein Original Gangster bist. Was willst du von mir, Alter? Sie sind wirklich der Herr Stipsitz, oder? Ich bin der Herr Stipsitz. Darf ich das? Essen Sie die noch? Nein. Darf ich? Danke. Ich krieg nichts von denen. Magst du auch so eins? Nein, danke. Ist das? Hast das? Ich bin Vegetarier. Du bist ein dekadentes Kind. Andere Leute haben nichts zu fressen und du sagst, nein, wenn du sowas kriegst. Ein Eis auf Lugner, bitte. So, machen wir ein bisschen Vanille. Biscotto. Oh. Und danach eine bella Chocolata nera. Das beste. Bitte, Chef. Grazie. Buongiorno. Mahlzeit. Ist urgutes. Chocolato. Pamicciotto. Geht runter wie Lachs. Bist du der Bruder von dem Herrn Wojtek? Nein, bin ich nicht. Was? Es hört eins zu eins gleich aus. Das ist das Bild des Abends heute. Dominik Heinzel, ich muss dich jetzt was fragen. Du bist nämlich mein Vorbild. Schön. Ich mach alles genau wie du. Ja, das glaub ich nicht. Wärst du ja erfolgreich, wenn du das tun würdest. Wie bitte? Er wird schon noch seine Lektion gef***t bekommen. Aber warum will er mir keins geben? Ja, doch Dominik. Ja. Sag ihm, ich bin ein Lieber. Bitte. Nein, das kann ich nicht. Mir bist du auch nicht liebgekommen. Mietl. Singt sie noch eins? Ich sing noch irgendeinen Titel. Mary oder irgendeinen Scheiß. Entschuldige, dürfen wir Sie ganz kurz gratulieren? Nein, danke. Ich habe Ihnen ein Geburtstagsgeschenk mitgebracht. Ich bin extra gekommen. Was habt ihr da gemacht? Habt ihr es verissen? Ich weiß es nicht. Nein, ich habe nie was gemacht. Ihr seid aber schon da oben. Ja, wenn ich das stehlen würde, würde ich schwere Probleme bekommen. Ihr kennt's ja nicht. Wissen Sie? In ****** ist eine ehemalige Assistentin und eine Freundin. Habe ich ein Pumst eine Zeit lang mit dem Falco gemeinsam. Die ******. Kannst du mich? Das ist kein Scheiß. Das ist kein Scheiß. Ich habe gar nichts dafür können. Das ist zu schnell gegangen. Das ist mir so. Du mir uhrleid. Ich trinke nur ein Achtel. Ich trinke nur ein Achtel. Darf ich auch noch kurz, Herr Wolczek? Darf ich auch noch kurz? Ja. Sie sind ja der hier, der diese Menschen so schön gemacht hat, wie sie sind. Alle haben aber nicht so schön gemacht, wie man sieht, aber einige. Bei manchen war es ausgerutscht, das Messer da. Ja. Big Bows. Mr. Richie Lugner. Schönen guten Abend. Schisch. Ich wollte der Mausi ein Geschenk machen zum Geburtstag. Sie hat abgelehnt. Wenn Sie ein Partylöwe sind, schenk ich's Ihnen. Das darf ich nicht. Nein, das ist nicht für mich. Nein? Für Partylöwen. Mausi. Sie wollen nicht. Nein, bitte du das Mikrofon weg. Bitte Karin, bitte das Mikrofon weg. Ich bin zu. Danke. Und meine Christi. Danke. Sie hat uns eingeladen. Ich wollte da den nicesten Blunt. Der Lugner nimmt nicht mal meinen Ofen. Partylöwe, Alter. Das ist eh nur CPT. Ich glaub, ich wird der ein echtes Weed geben. Ich schwör an dieses ... Heinzelmännchen. Dieses ... Kind. Gibt mir kein Interview. Und selber will er auch jeden interviewen. Ich versteh den Sido urgut. Who the fuck is Elvis? Na, 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 na.